Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Makerline. Heute gibt es mal ein Video außer Plan sozusagen. Ich habe nämlich in den letzten Tagen ziemlich viel zu tun und das nicht wegen Produktion von neuen Videos oder so in Richtung, was mich momentan echt schwer beschäftigt, weil ich halt jetzt mir vorgenommen habe, zweimal die Woche für euch ein Video rauszubringen. Nein, sondern wegen bestimmten Hasskommentaren, die sich in den letzten Tagen und Wochen mehr und mehr häufen. Ich habe das Gefühl, es wird momentan eine aggressivere Stimmung im Netz breitgetreten. Ich kann mir schon denken, warum das so ist, aber ich werde mich jetzt hüten, entsprechend da irgendwas zu sagen, weil ansonsten wird man gleich von anderen YouTubern wieder als Verschwörungstheoretiker entsprechend betitelt. Und es wird kommentiert aufgrund von Tatsachen, was ich darstelle und nicht aufgrund von dem, was ich euch zeige, nämlich 3D-Druck-YouTube-Videos. Und das finde ich ziemlich traurig und da das in letzter Zeit so Überhand genommen hat, habe ich mich dazu entschlossen, schweren Herzens einen Schritt zu gehen, den ich so eigentlich vermeiden wollte, nämlich, dass ich in den Kommentaren verhindere ab sofort, dass Links geteilt werden können und zum anderen aber auch, dass bestimmte Schimpfwörter überhaupt ausgesprochen werden können. Zudem werden Leute, die sich nicht an die Community-Richtlinien halten auf dem Kanal, also das heißt wirklich höflicher Umgang, jetzt nicht irgendwie batzig werden oder nicht irgendwie klugscheißer oder sonst irgendwas oder wirklich böse unterste Schublade rauskramen, die werden von mir rigoros gelöscht und gebannt. Das hat einfach demzufolge, dass es in letzter Zeit wirklich massiv dazu gekommen ist, dass Leute, naja, sehr unschöne Kommentare gepostet haben. Ich habe gesehen, ein Teil von euch hat da auch schon teilweise drauf reagiert, teilweise sogar mitten in der Nacht. Und das muss einfach nicht sein. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, ich habe jetzt lange, jahrelang entsprechend geduldet, dass das Ganze halt unkuratiert sozusagen online ist und nicht dann halt, wenn ich was sehe, dass dann entsprechend Löcher, sofern es unangemessen ist. Und ja, solche Kommentare, die einfach nur auf, was bist du, gehen und nicht auf das, was ich tue, sind unangemessen. Man sollte die Leute immer danach bemessen, entsprechend, was sie tun und nicht nach dem, was sie sind. Und jeder, der sich da nicht dran hält, wird leider entsprechend in den Kommentaren gebannt. Das müsst ihr einfach damit rechnen. Das sind doch zum Teil Kommentare von Accounts, die komplett neu sind. Das heißt also, die sind frisch, die haben keine Videos, die haben keine Abonnenten, keine Zuschauer, kein gar nichts. Und ich muss einfach davon ausgehen, dass da Leute hingehen und versuchen, explizit Accounts zu erstellen, nur um quasi Hate zu verbreiten. Und auch von den Namen teilweise her, wenn ich so sehe, Anti-Queer und sowas, wie die Kommentare, wie die Namen heißen, dann muss ich mir nicht keine Gedanken machen, was der denn entsprechend bezwecken will, sondern da steckt schon ein Name drin. Und das finde ich sehr traurig, dass man da in der Hinsicht nicht auf einem intellektuellen Level entsprechend sich unterhalten kann, sondern dass man das Ganze in die unterste Schublade grätscht. Das war heute gerade sehr intensiv, muss ich sagen. Ich musste heute wirklich ein paar Kommentare löschen, die wirklich unterste Schublade waren. Und wo ich sage, Leute, haltet euch jetzt bitte mal in die Community-Richtlinien. Wenn ihr sowas postet, den Großteil von euch, wirklich die Videos gucken und das liken und alles drum und dran, die halten sich dran und ich bin euch auch wirklich dankbar. Aber diese Hasskommentare nehmen einfach überhand. Das hat nichts mit dem Content zu tun, den ich produziere, sondern einfach mit der Person, die ich darstelle entsprechend, die ich bin. Und das ist einigen Leuten ein Dorn im Auge und deswegen ziehe ich da jetzt die Reißleine und werde dort entsprechend härter durchgreifen. Das heißt also, es werden auch nicht alle Wörter mehr erlaubt sein und auch keine Links mehr erlaubt sein. Seht es mir bitte nach, aber das nimmt einfach viel zu viel überhand und ich möchte mich eigentlich auf die Produktion von dem Content produzieren und nicht auf das Moderieren von solchen dummen Inhalten. Das soll es soweit gewesen sein. Morgen gibt es nochmal ein kurzes Video von mir. Kein Statement jetzt wie heute, sondern ein ganz normales, reguläres Video. Und dann sehen wir uns morgen und am Sonntag wieder. Und in diesem Sinne, Hordelsaline, Happy Printing und Ciao! Authentical Untertitelung. BR 2018